Wie war das? Ich glaub ich je. Könnt ihr einen vertragen? Oh, du lieber Jörg! Haben wir was hier in Rolli essen oder was? Könnt ihr einen vertragen? Ja, es muss mal sein. Dieser wunderschöne Verein hatte letztes Jahr ein 80-jähriges Jubiläum. Ihr habt 80 Jahre Neustadt-Funkel. Ich werde euch hier noch einen von den Rundungsmitgliedern präsentieren. Ihr könnt euch vorstellen, die Luft ist in dem heute ziemlich dünn. Dafür haben wir uns gedacht, wir machen so einen richtig schönen Tanz zusammen mit den Mädels. unseren Jubiläumstanz. Und den wollen wir euch jetzt mal präsentieren. Punkt hochgestellt zum Jubiläumstanz der Gesellschaft. Gerade fertig? Das? 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 Was? Ohne dich geht es nicht, du bist die Nummer eins für dich. Nummer zwei und drei sind geiler Leib, interessiert mich gerade nicht. Ohne dich geht es nicht, du bist die Nummer eins für dich. Nummer vier bis zehn lass ich einfach steh, im Moment will ich nur dich. Ohne dich geht es nicht, du bist die Nummer eins für dich. Ohne dich geht es nicht, du bist und bleibst die Nummer eins für dich. Ohne dich geht es nicht, du bist die Nummer eins für dich. Nummer zwei und drei sind geiler Leib, interessiert mich gerade nicht. Ohne dich geht es nicht, du bist die Nummer eins für dich. Nummer vier bis zehn lass ich einfach steh, im Moment will ich nur dich. Ohne vier bis zehn lass ich einfach steh, im Moment will ich nur dich. Nummer vier bis zehn lass ich einfach steh, im Moment will ich nur dich. Ohne vier bis zehn lass ich einfach steh, im Moment will ich nur dich. Meine Damen und Herren, ich wollte euch jetzt mal ein paar Größenordnungen hier auf der Bühne zeigen. Also, gerade noch getanzt und heute ist der größte, den wir hier haben. Ich werde euch mal riecht. Das ist kein schönes Gespann. Das ist Fastelovic, meine Damen und Herren. Zu Ihrem Bruder im Fastelovic, die kleine und große. Ich darf Ihnen vorstellen, den Kommandanten der Neustadtbunkel-Opladen von 1928, also die Neustadtbunkel sind von 1928, Stefan Steinergack. Und das ist sein jüngster Sohn hier. Das erste Ehre? Was? Dann darf ich Ihnen den Tanzeoffizier vorstellen, noch einmal Dirk Rutkowski. Und jetzt muss ich mal was in eigener Sache sagen. Meine Damen und Herren, ich stehe ja ganz unter hier bei so schönen rot-weißen Funken, die hier stehen. Blau-weiß bin ich und ich gehöre nicht zu den Neustadtbunkeln oder nicht zu den roten Funken, sondern ich gehöre zu den Altstadtbunkeln-Opladen. Und die Altstadtbunkeln-Opladen haben immer schon einen guten Geschmack gehabt, das wollte ich an dieser Stelle mal sagen. Vor allen Dingen auch einen guten Geschmack, was Tanz und sowas bedeutet. Und deshalb haben wir uns, wir Altstadtbunkeln, keine geringere genommen, für unsere Mädchen gar zu trainieren, als das Marieschen der Neustadtbunkeln, nämlich Britta Schumacher. Ich war leider an der Auswahl nicht beteiligt, aber wenn ich da was hätte zu sagen bei dieser Gesellschaft, hätte ich das Britta auch gemacht. Also das ist ein ganz reiches Marieschen, man kann den Neustadtbunkeln nur gratulieren, dass sie eine solche tolle Tanzmarie haben. Und wenn ich einmal beim Gratulieren bin, darf ich mal den Bernd Wiesen nach vorne mit mir. Red ich mal rum, damit ich alle sehe. Das ist der neue Ehrenvorsitzende der Neustadtbunkeln, Bernd Wiesen. Meine Damen und Herren, wir bedanken uns bei diesen hübschen Mädchen, bei dieser tollen Garde, bei dieser tollen Garde der Neustadtbunkeln, mit ihrem Marieschen Britta Schumacher, da will ich an dieser Stelle nochmal besonders sagen, mit dem Landoffizier Dirk Rutkowski und mit dem Kommandanten Stefan Steinacker. Der längste Kommandant im Einland, der stärkste, der könnte auch Sie führen, die bei den Neustadtbunkeln machen. Wir bedanken uns bei den Neustadtbunkeln einem dreimal, aber kräftigen, donnernden Neustadtbunkeln. Leverkusen, von Neustadtbunkeln, Oblak, Dankeschön und viel Spaß noch an den tollen Tag. Leverkusen, von Neustadtbunkeln, Oblak, Dankeschön und viel Spaß. 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 Leverkusen, von Neustadtbunkeln, Oblak, Dankeschön und viel Spaß.